Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Sonntag um 13.30 Uhr. Wir erwarten rund 29.000 Zuschauer, davon etwa 800 aus Bielefeld. Unsere Bilanz gegen Arminia ist positiv. 15 Siege, 7 Remis, 14 Niederlagen. Schiri am Sonntag ist Patrick Ittrich, Polizeibeamter aus Hamburg. Marek, was macht unser Kader? Was macht die Verletzungs-Situation? Wer wird am Sonntag mit dabei sein? Kader, die Verletzungen. Alexander Fuchs hat heute Abschlusstraining bei U21 absolviert. Genau gleich wie Fabian Schleuserner. Der hat selber gekommen und hat gesagt, der fühlt sich richtig gut. Das heißt, der braucht langsam Spielpraxis. Heutiges Abschlusstraining auch bei U21 und morgiges Spiel in Memmingen. Und Paul Besong hat sich letzte Woche bei U21 verletzt, aber seine Fortschritte sind gut. Paul kann wieder alleine laufen. Das heißt, das sind die drei Namen, welche sind nicht im Kader. Plus Adam Zrelak. Der braucht noch ein bisschen Zeit. Das heißt, dass mit Olli Sorg und Enrico Valentini auch die beiden Außenverteidiger wieder zurückkommen werden? Valle ist seit gestern voll im Training dabei. Olli war Mittwoch in Würzburg wegen einer speziellen Untersuchung. Der fühlt sich richtig gut. Gestern hat individuell trainiert und heute fängt mit Mannschaft ganz normal zu trainieren. Dankeschön. Eure Fragen bitte. Stefan Jablonka, Nürnberger Zeitung. Marek, weißt du denn schon, wen du ins Tor stellen wirst am Sonntag? Ich denke, ihr habt schon alle die Informationen, was sich gestern im Training passiert. Der Andi kommt nach seiner Krankheit wieder zurück. Erste Mannschaftstraining und leider hat sich gestern im Training wieder verletzt. Das heißt, die Diagnose heißt Muskelphase. Für ein paar Wochen ist er raus und wir haben Sonntag im Tor wieder Benedikt Willert. Chris Bichele vom Kicker. Du kennst ihn ja aus dem U-Team relativ gut. Was traust du ihm zu? Glaubst du, er kann das unglückliche Bochum-Spiel für ihn auch, also es ist ja auch für ihn sehr unglücklich gelaufen, wenn man das zweite Tor sieht. Wie kann er das wegstecken und wie sehr kannst du ihm dabei helfen? Ich kenne Benedikt schon ein paar Wochen her. Der liefert unten bei U21, Top-Leistung im Training oder in den Spielen. Natürlich ist der Unterschied zwischen vierter und zweiter Riga extrem. Benedikt hat die Chance Montag in Bochum bekommen, bei 2-0, ja, es passiert sich. Der ist 18, ich denke, irgendwann muss man auch die Fehler akzeptieren, auch wenn natürlich die Fehler kosten und punkten. Aber wir vertrauen ihm, der Junge hat seine Qualität und wir hoffen alle und wir glauben. Die Mannschaft steht hinter ihm, das Trainerteam steht hinter ihm und wir hoffen und glauben auf die gute Leistung gegen Bielefeld. Hans Böhler, Nürnberger Nachrichten. Wirst du denn, Marek, weitere Umstellungen planen? Du hast vielleicht auch ein bisschen im Kopf den Andrei Petrak, der zuletzt keine Rolle spielte. Wird es größere Umstellungen geben? Ich denke, größere Umstellungen in der Mannschaft, nein. Kann es sein, zwei, drei Änderungen in der Mannschaft, ja. Das sage ich ganz ehrlich, aber wir haben noch heutiges Training und noch morgen Abschlusstraining. Ein paar Stunden noch ein bisschen Zeit zum Überlegen, welche Variante, welche Möglichkeiten. Aber zwei oder drei Änderungen in der Aufstellung, ja. Chris Bichel. Du hast ja nach deinem ersten Training schon gesagt, dass du sehr viel jetzt dann auch über Bielefeld nachdenkst. Bist du schon zu dem Schluss gekommen, wo diese Mannschaft eventuell zu knacken ist? Wir wissen, Bielefeld ist in letzter Zeit gut drauf. Fußballer ist gut drauf. Das ist auch die Truppe, welche sind seit mehreren Monaten zusammen. Die spielen gut offensives Fußball in der Zweite Liga. Die haben nach vorne gute Stürmer, welche trifft. Aber Fakt ist, wir sind zu Hause und ich denke, es ist schon langsam Zeit, wenn wir das wichtigste Ziel, welches ist, von unserer Seite. Das ist der Sieg, wenn wir ihn feiern können. Für dieses Ergebnis, wir machen alles dafür, wo wir alle gemeinsam sind nach dem Spiel zufrieden. Hans Böller. Du bist ja jetzt schon unendlich lange dabei, es ist dein Verein, dein Klub. Aber jetzt erlebst du in einer anderen Rolle nochmal etwas Neues. Wie geht es dir damit? Wirst du am Sonntag etwas nervöser sein als sonst? Nervös. Ich denke, vergleichen Spielerkarriere und Trainerkarriere ist etwas Besonderes. Da sind schon Unterschiede, aber natürlich freut mich riesig. Wir spielen zu Hause. Was kann sich Besseres passieren, wie ein Heimsieg gegen gute Mannschaft zu haben und absolvieren? Aber wichtig ist nicht die Persönlichkeit Marek Minntal, wichtig ist die Mannschaft, die Jungs und Erfolg. Ich hoffe, wir schaffen das Sonntag, wir zeigen gute Leistung und nach guter Leistung. Wir sagen wieder, es ist gut, es macht Spaß und ich hoffe, die drei Punkte bleiben zu Hause. Herr Minntal, Sie übernehmen ja in einer relativ schweren Situation, wir werden jetzt interimsmäßig übernehmen. Wie sehen Sie die Situation auch selber? Wie würden Sie es einschätzen? Ich denke, die Situation ist nicht schwierig. Die Situation ist nur irgendwie komisch, weil die Jungs haben auch gute Leistungen gezeigt, die Jungs haben auch ein bisschen schlechtere Leistungen gezeigt. Fakt ist, du stehst in der Tabelle und hast nur 14 Punkte. Wenn wir rechnen, wenn wir überlegen, wenn, wie und warum, kommst du auch eventuell zu einer anderen Zahl. Aber das ist einfach vorbei, kannst du nicht so nachdenken und überlegen. Fakt ist, wir fokussieren uns auf Sonntag, was kommt, was passiert sich und alles andere ist in diesem Moment, dieser Phase einfach unwichtig. Mannschaft, Ergebnis, Zuschauer und Leistung. Gut, dann danken wir euch fürs Kommen, wünschen allen ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Sonntag zu Hause gegen Bielefeld. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön.